im dach soll zwei der nächsten folge bei mir wieder seit dem fox und nukula willkommen der die steck stellt sich schon auf den nächsten kampf ein das stimmt sich ein auga da sind erste kam in die richtung also bisher meiner links vielleicht aber ungefähr ungefähr da muss auch immer sich hinter dieser nebelband wie viel ja schon mal stimmt hier war ich schon mal drin dieser kann kommen liegen sehen und ich hallo drache blöde cheater drache der feuer und gibt gleichzeitig mal hallo und er sehen hallo das ist ja wieder das tracht ausgestorben sind keine tracht mehr und jetzt nein nein okay habe gerade gesehen wir müssen Er macht ganz schön viel kaputt, der kleine Mann und ich weiter nein 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 www.idazure.de Entschuldigung, das war keine Fischung Freude. Ich bin gegen eine Wand gelaufen. Ich bin gegen eine Wand. Oh man, um auf die Aussage von Fox zurückzukommen, so von wegen, dass in der Dark Souls Lore heißt, die Drachen seien ausgestorben, das ist so nicht ganz korrekt, Fox. es wird immer nur davon geredet dass die uralten drachen tot sind und dass die uralten drachen ausgelöscht worden sind was jetzt konkret der unterschied zwischen einem normalen drachen in anführungszeichen ist und einem uralten drachen werden wir ihn dazu als 1 im remasterland hat grüße dich und grüße auch in den teil oder in den semi ich hoffe du fühlst dich da wohl und morgen kann es auch da grüße dich das hat mit panda was damit getestet was treibt er wieder böse zum schilde herausgebrüllt die schadenfreude spricht aus ihr das sind wir alle heute schon einmal gestorben dann reich das ja eigentlich heute noch ja genau das war das wie du kannst den händler gleich ein paar bilder in schildert habe ich habe drei noch sobald ich mich sobald ich meine aufgestockt habe haben bei dachshund drei habt ihr was getestet so japan da hier ist alles super ich hoffe bei dir auch bei euch allen man sieht ich habe ein bisschen was gebastelt so ich habe mein grundzimmer weggeschmissen ich war aber auch müde und ja es ist auch wochenende die zeit der müde und erschöpft zu sein wo ist denn jetzt der nukular ich habe hier drei rufzeichen und keines ist von ihnen ich habe doch gerade eben noch gesagt ich muss noch ein bisschen was also es ist weitaus besser als zu beginn des tages das ist doch schon mal gar nicht so schlecht das klingt ja schon mal gut wenn wir uns noch mal anderen apc dazu holen wenn wir da abtissen die feber oder den transzendente ein transzendente ende glaube ich um den jener ist jetzt zwei pc ist ein weiterer spieler so mein zeichen mit wieder da wo es vorhin war ich sehe fox ich habe dich auch schon gewachsen war panna präativ bedürftig sanja ganz gefährlich ich werde panda in intensivtherapie zu begeben ist gefährlich ganz gefährlich das könnte durchaus eine bambus sucht verursachen so wir haben einen drachen und wir haben auch einen drachen auf unserer seite ja dachte mal so drache mit drache bekämpfen feuer mit feuer bekämpfen der spawnt schon ziemlich geil aber leider kämpft ja auch ziemlich geil der spieler ist generell ziemlich großartig der spieler ist gut ja schlimm genug Boah, kannst du nicht entscheiden, wo du landest? Autsch, war ich noch gerade im Radius. Noch unter ihm? Au, boah. Aua! Ja. Habe ich gerade i-Frames beim Trinken des Estos gehabt? Ja. Mann, der ist ja nur am rumjumpen, dieser blöde Drei. Links, rechts, vorwärts, rückwärts. Meine Herren. Ich würde auch vorschlagen, drunter rennt, zweimal draufhauen, wegrennen und erstmal gucken, was er macht. Ja. Also der springt in alle Richtung, das ist ganz schön gefährlich. Wenn man einen Intel-Geratik-Chip direktiviert sagt Nvidia, es wäre keine Grafikkarte vorhanden. Oh. Ich erinnere mich an Cynders Laptop. Der hat auch so einen schönen Fehler gehabt. Hm. 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 Muss man nicht verstehen, dass du vollkommen recht Kalix. So. Jetzt muss ich noch sehen, dass eure Zeichen wieder aufpoppen. Ich habe jetzt mal die Aptissen Fever gerufen. Guck mal, was die so macht. Wie viele Menschen bildest du hier noch, Hella? Ich muss mit 21. Ah, okay. Hybrid-Grafik-Lösungen auf Laptop sind einfach schrecklich. Hm. Die können geil sein, meistens sind sie es nicht. Oh, da tauchen zwei Zeichen auf. Nicola. Und Fox. Yay. Ich werde auch nichts updaten, wenn alles läuft. Tja, das... Ich habe Sanja ein Update-Verbot gegeben. Wenn Sanja ihre Grafikerantreiber updatet, kann sie beim Laptop zu mir immer anders gehen. So, willkommen zurück in meiner Welt. Seid ihr bereit? Hey, ich bin bereit. Du hast eine Magierin oder sowas. Falscher Knopf oder falsches Item. So, bisschen Blut auf die Waffe und ab geht dann. Ich denke mal, Feuer und Gift ist jetzt nicht so seine Schwäche. Wahrscheinlich. Ich kann mal eben mal sehen. Nja... Fein, mein Kleiner. Der ist bestimmt nur sauer, weil er eine fette Lanze in seinem Rücken hat. Nein. Ich glaube, der ist einfach sauer, weil er fast so früh geweckt wurde. Kannst du noch einmal Kaffee? Er hat mir als ich gesagt, wann er geweckt werden möchte. Oh! Der ist... Ach, war Fever. Oh, Mann. Weg unter ihm. Ganz knapp. Jetzt wieder weg unter ihm. Ja, bin weg, bin schon weg, bin schon weg. Boah, wie lange die das man noch durchhalten kann. Ich sehe nichts. Okay. Der macht einen Sturm, ne? Ja, schießt ein Feuerball. Na nee. Was anderes. Mann, hat der viele Attacken, ey. Ey, du willst gar nicht auf mich. Heuerball! 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 Nein, 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 nein! Oh, Mist. Er war zu eng. So. Ich glaube, anvisieren ist bei dem auch ein bisschen blöd. Sturmangriff. Oh! Der Attackraum, sehr bekannt. Er sagt uns eins raus. Ah, der hat viele Angriffe. Oh, voll nicht getroffen. Was? Ich glaube, in der Erlaufen bringt fast gar nichts, oder? Ja. Wir können fast besser warten, bis er zu einem kommt. Wenn er ankommt, hat man keine Stamina mehr. Ja, und er rennt wieder weg. Er hat schon eine Taktik gefunden, wenn es geht. Ja, hätte ich auch gerne. Ah, der Speisen muss ich. Der Outdauertanken ist weg. Ah, okay. Aber wenn wir mal an ihm dran sind, dann teilen wir gut Schaden aus. Das ist, das ist jetzt ein... Weniger an Damage-Race, als hier mehr so ein Full-Spiel. Ja. Ah, boah. Ach gut, ich war weit außerhalb. Nein! Also das war... Sie hält nicht mehr lange durch. Ah nein, ich habe wiederfaltige Atem genommen. Deswegen der Todesmeldung noch halb gesehen. Der hat eine Weile gut getankt. Ja. Hier ist jetzt eine Giftwolke, da will ich irgendwie nicht reinlaufen. Du hast das doch gerade bei meinen Waffen falsch, oder? Doch, alles richtig. Was ist das? Der Stürmerkrieg hat nicht. Nee, Feuerball. Jetzt kommt der Stürmerkrieg. Der will auf mich. Wie denn? Du bist. Feuer. Muss ich dann nicht jetzt was genau über mir... Boah, fuck. Man! Ah, und Tide Backen! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich bin vergiftet. Scheiße. Das Gift, ja, das hilft. Ich bin nicht rechtzeitig weggekommen. Boah, das Gift. Nein! Was? Lukular! Scheiße! Aua! Das nächste Mal nehme ich mir noch Gift-Heil-Items mit einem Simmentar. Schnellstart links, weil... Das hat mir gerade vier Walze kostet, das Gift. Triss mich ja nicht, Drache. Vergiss es! Hahaha! Mich nicht! Boah, die Schwanzangriffe sind schon fies. Oh, Mann! Okay, triss mich doch. Ich gebe es dazu. Okay. Jetzt geht er doch auf mich. Alles gut. Und jetzt kommt Stranger. So, kommen wir jetzt zurück ins Spiel. Nein, Fox! Oh, oh! Ich fies mal. Jetzt bin ich auch noch genau vor. Ah, okay. Das darf er machen. Das darf er machen. Das darf er machen. Aua, Alter! Da kann er zur Seite auch noch, ey! Das war neu! Ja! Ey, der hat unzählig viele Anwürfe. Das ist so krass. Ich find das cool. Ja! Will's nicht auf mich? Das mach ich doch. Gleich hab ich's nicht mehr cool. Ah, okay. Wollte mir einfach mal so Steine ins Bild. Ah! Ah, mein Schwert ist in Gefahr. Aua, fuck! Okay. Hab ich keine Estos mehr. Scheiße. Aua, aua! Das darfst du mir keine Estos mehr. Ich hab mir schon lange keinen Schaden mehr gemacht. Das Gift hat mich eben alleine vier Estos gekostet. Oh, shit! Nein! Nein! Ich bin auch down. Ja, das ist ja dann schon mal geil. Okay. Eder hat halber gelegt. Kein Estos. Ja, ein Estos hab ich noch. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt hab ich kein Estos mehr. Alter, hat das Ding auch wieder Reichweiten, ey! Ja, der ist schon nicht zu fach. Der hat einen Schmier. Ah, tot. Das war's. Schaffe ich nicht mehr. Ich wollte gerade GG sagen. Ich bin vergiftet. GG's Rache. Ja. Keine Chance. Gegen das Gift kommst du nur mit... Entweder hast du den Kriegslot, die Gift-Items oder du hast Estos, sonst bist du tot. Oh, verdammt. Ich glaub, ich hab gar nichts mehr gegen Gift. Also grad wurde ich auch nicht vergiftet, aber... Nicht immer drei, mir einer reicht. Das ist einer. Ich versuch gerade den... Ich mach gerade bei mir den Boss mit den zwei NPCs. Aha. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr was von seinen Movesets herauslesen dann. Sind auf jeden Fall sehr komplex. So, erstmal gegen Gift. So komplex finde ich seine Movesets eigentlich nicht. Sondern seine Sturmangriffe auf dem Boden sind nur ziemlich schnell, die... Kann ich nicht. Er hat halt sehr, sehr viele Attacks. Er hat halt sehr, sehr viele Attacks. Aber... Er hat ein doppelziviler Attack wie die meisten anderen Bosse, hab ich das Gefühl. Er ist relativ ähnlich zu einem anderen Drachen aus Dark Souls 1. Deswegen hab ich dich ja zweihengen ausgefragt, ob du wann du das DLC abgeschlossen hast. Ah, okay. Ja, heute werden Drache bekämpft. Wurde dein Amazon Konto gehackt, Panda? Was da los? Oh, übrigens bei den Drachen im DLC hab ich's auch geschafft in den Schwanz abzuhauen. Ah, hast du's geschafft? Sehr nice. Ich hab's nie geschafft. War auch wirklich schwer. Also das war am Ende auch pures Glück. Ja, der ist echt nutzend. So, äh... Mein Zeichen... Ich hab's immer auf der rechten Seite getan, ne? Das mach ich wieder. Tja, Sanja... Kann's ja mal machen. Es funktioniert an sich. Nur, es gibt halt noch keine... so schöne Ausgaben. Also immer noch so wie vorher halt auch. Wie weit ist dein Bruder? Wie weit ist dein Bruder? Über 50%? Meinst du, du packst den sonst? Ja, kein Ding von, ja. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Meine NPCs sehen noch gut aus. Oh, fuck. Rufen wir schon mal den Eddy. Eddy! Ich mach mal Pause, bis ihr da seid. Bis Leben. Oder weitermachen jetzt, wo alle wir da sind. Alle weint, alle frisch, alle tatbereit einen Drachen zu töten. So, mein letztes Blut-Item. Tragen wir direkt mal auf. Und nun... Ich wechsle uns grad im Sterben echt perfekt ab, ne? Oh, hm. Ich finde, wir müssen uns da gar nicht abwechseln. Man könnte aber generell sein, ne? Nicht ein Item. Hahaha. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Autsch! Jorks Ring liegt hier. Interessant. Ihr hört den Schaden bei Drachen 50%. Das wär's. Jetzt kommt er. Ah, das ist ja ein easy Ding. Jetzt macht er noch mal einen Stimmer kaputt. Ne. Aua. Gut. Was ist das denn? Der haut gerade um sich. Sein Kopf hat grad irgendwie gezuckt. Aua. Und noch ein Stimmer. Oh, war das Schwein. Oh, mein. Oh, der so da gerade geheilt hat, ey. Boah. Hä? Boah, macht das Land auch wieder AOE-Schaden, ey. Ja, das macht immer so ein bisschen, ähm, genau, so einen AOE-N-Fan. So. Ja. Komm mit der Ruhe, wir haben alle Zeit der Welt. Naja. So lange der Stream läuft. Okay, dann vielleicht doch nicht alle Zeit der Welt. Aber viel. Genug Zeit für ein Rausgang. Darunter? Ne, ich stimme nicht. Boah. Der muss noch echt auf alles gefasst sein. Ja. Hast du vorhin auch, dass ihr nicht vor ihm seid? Ne, ne. Da haltet ihr ihn halt im Auge. Ich find das interessant, dass der von einem Speer durchbohrt ist. So, am besten wieder raus. Okay, der hat auch noch was knusig. Ich ging grad irgendwie an seinem Schwanz fest. Guter Schaden, Jams. Vorsicht. Oh, ich rolle noch rein. Ah, gut. I-Frames. Hi, Drache. Wie geht's? I-Frames. Perfekt reingeholt. Ähm, Feuerball. D-Feuer. Behaltet die Haltbarkeit von eurem Waffen im Auge. Seh ich doch so gar nicht. Doch. Wie denn? Bei mir ist schon halb weg. Ach, da unten runter stimmt. Ah, genau. Genau. Ne, seh, 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 seh. Bei mir ist so Hälfte. Ist gut, mein Eider-Sperre ist nämlich fast kaputt. Du musst grad meinen, meinen Sperre wechseln. Vorsicht, du mach da wieder. Okay. Ja, macht mir so ne Giftregion hier. feuer um sich jetzt kommt schon mal so lange nicht mehr zu war mein hat ausgeblendet war mir fast was wir jetzt das werden wir zu schaffen das die attacke jetzt mal sagt alle dauern die einmal durch jetzt alle durch das war ja sauber jungs das war doch ein schöner mit schlafenden nach inszenen die kämpft bei dem wir nicht gestorben sind und er ist gestorben und wenn man so ein furchter definiert ist jeder oder was ist denn dahin ich muss immer ein paar sachen durchlesen die man weg von diesen leuchten den lauten ding da hinten stichwort sin was ist mit divinity ja divinity könnte man jetzt eigentlich mal wieder testen mit dem neuen rechner kann ich ja wahrscheinlich das spiel spielen das stimmt wohl so wo ist denn sinny boy da seele des schlafenden drachens sin seele des drachens sin der tief im inneren dieses landes schlummert der könig erbaute eine prächtige stadt der drache schlummerte tief bis die sir york ihn mit einem einzigen mächtigen hieb störte und der drache seine gefangenschaft nicht mehr ertrug tödlicher regen stürzte die stadt und stellte die reinheit des drachen wieder her mit der wundersamen seele blablabla blablabla okay also hat york das ganze ding hier verursacht dieser blödmann gut dass wir auch yorks ring haben ring von sir york der das blut eines drachen suchte und nach schul war ein viel kann zauber abwehren sir york trat mit schlafenden drachen sin schnittrat dem schlafenden drachen sin gegenüber und nahm ihm mit seinem stahl etwas blut sin spiel das gift nach spiel das gift nach ihm das lange zeit in ihm herangreifte und hüllt die stadt in ein ist das miasmatische wolken so so der gute jordi musste also um den drachen biegsen selber schuld sage ich dann selber schuld und hier müssen wir wieder die kacke ausbauen text gerissen sind sätze ja ja ich dachte auch gerade so moment über was redet ihr da während eines bosskampfs fetische füße es ist nicht mit jedem so geben so dass man nach einem boss ein item bekommt was man davor gebraucht hätte ja eigentlich immer so aber man hätte das item den ring den habe ich während des kampfes gewonnen lag hier vorne hier hätte man also im kampf finden können und im kampf noch anziehen die frage ist natürlich ob zauber seine angriffe meint die der drache da gemacht hat so ich würde mal mal gucken was dieses komische licht gemacht krone des versunkenen königs mal eins wo haben wir die ein fahle hitze glimmt in der uralten krone also krone des versunkenen königs der einst dieses land regierte der könig errichtete das ewige heiligtum unter der erde zu ehren des großen drachen doch das turm hole hole das turm hohe bollberg stürzte kurz nach erwachen des drachen mit samt der stadt ein doch dies geschah vor langer zeit heute erinnert sich niemand mehr an des königs namen schade da baut er sich so einen riesen tempel oder dem drachen und nachher weiß keiner mehr wie er heißt also der dlc der erinnert mich aus vielen gründen tatsächlich den dags als 1 dlc ja ich kann mich an den dags und 1 dlc nicht mehr erinnern das haben wir dann ja alles überhaupt mal gespielt nie stimmt ich habe dags und 1 0 gespielt ohne dlc ist einer der besten dlcs der gesamten soll serie dann bin ich ja mal gespannt denn wir werden jeweils spielen so ich muss wohl nächstes mal während der boss kämpfe in den chat weiterlesen wir wollen ja zu challenge area aber ja ein bisschen was du musst von von schulder aus also schon war statt des heimichtums und dann das letzte bonfire gemacht der priesterin falls du das schon hast da hat das schon ja du hast es noch nicht hast hast du den wie heißt der schlüssel oder müssen wir das noch einmal eben kurz beim fox nachholen dass er hin kann hast du schlüssel des ewigen heiligtums den habe ich super das heißt du gehst jetzt zum gebetsturm ach ist dass die tür ganz am anfang in dieser genau ganz am anfang vom heiligtum genau ganz am anfang von dieser pyramide okay musst du da die tür ausschließen und dann dort dem weg folgen aber aufpassen du läufst über eine schmale brücke entlang und am ende dieser brücke es war eine npc invader genau das heißt am besten mal ganz kurz dann den npc invader ignorieren zum leuchtfeuer hinlaufen und das leuchtfeuer zumindest mal anzünden weil solltest du gegen den invader sterben dann spawnst du dann direkt in diesem leuchtfeuer ja also sagen ja ich weiß noch nicht welche markt idee der gerade ausplügel denkt aber ich glaube es hat recht in diesem sektor wird wahrscheinlich alles aktuelle vorstellt was man sich nur denken kann und auch nicht denken möchte ich denke auch da werden wahrscheinlich alle ressourcen und mittel die man sich vorstellen kann und reingepumpt zu gegebenen zeiten werden wir das natürlich auch alles aus erster hand ist aber wieder sehr zweideutig mein freund das recht dann erst gar nicht nur es wird nur schlimmer fahnda sanja ist glaube ich das ferkel sein angeht hier im chat genau richtig jetzt mal eine frage jetzt vollkommen auf topic welches level seiten hier ich bin gerade bei einer leitung 173 165 hier ist ja eine monster voraus das ist keine möglichkeit ist natürlich gar nicht geöffnet habe schön dass ich noch mal guckt habe da fehlt nur noch yummy ja sanja warum postest du das das ist immer noch in der development time out time out das ist noch überhaupt nicht die offizielle seite sanja könnt ihr gerne mal drauf gucken wird aber nicht lange online sein weil das nur page development ist sanja so viele tun zum öffnen ich habe hier eine fackel ding wo seid ihr gerade der raum ok lügner warum ist hier lügner fackeln übrigens licht ja mache ich sofort mal so was ne flammenschmetterling benutzen ich drücke immer ich bin an diesen blöden xbox controller gewöhnt nicht an den playstation so was habe ich licht gemacht ich bin jetzt mein playstation controller auch am pc also ist eine persönliche sache ich mag es lieber wenn die beiden sticks quasi zueinander parallel stehen parallel ach da die brücke ok moment parallel aber das ist auch eine gewöhnungssache wenn man lange genug mit dem xbox controller zockt dann ähm stellt dann irgendwann playstation controller ja man muss sich einfach nur umgewöhnen mal da muss man sich einfach nur umgewöhnen so dass ich denke von der qualität her sind beide controller echt top da wüsste ich jetzt nicht welcher stabiler oder weniger stabil sein soll und das einzige das die kreuz vom playstation controller ist ungefähr zehnmal besser auch der hat mich ja nett vorbeigelassen hat er das jetzt nur noch freundlich ist noch zur seite geholt so hier oben ist nichts weiter gut dann kann ich mir wenn fox beim leuchtfeuer ist gehe ich da auch mal hin zurück bruna und weiter nikola sein zeichen da schon gelegt oder noch nicht du musst du kannst dort das zeichen jetzt nicht belegen beziehungsweise ja stimmt hier muss man ja runter ein dieses durch die höhle ja ja richtig genau so kann ich direkt hier haben leuchtverschmerzen zeichen den schuldigen ja dann muss ich einmal weiter und kula habe ich schon ja box kommt und du musst durch die höhle alles nebelwand ich schätze mal die muss ich wahrscheinlich reingehen hier machen Gamecube-Controller zuerst gemacht. Das war ja den... Das weiß ich nicht, weil ich diese Dinger nie hatte. Auf den haben viele Leute sehr, sehr lange geschworen, noch bis heute teilweise. Oh ja, Kallux, mehrere Monitor sind der Shit. Ich hab ja auch nur drei. Ich werde das nicht auf den Fox-Garnascheun nehmen wir so nach. Foxy, Foxy. Sag mal, wenn das Zeichen liegt, dann kann ich gucken, ob ich es sehe. Mein Zeichen ist auf der rechten Seite. Ich glaube, es ist gerade aufgetaucht. Nice. Da habe ich es doch schon. Ach ja, ja, diese ganze Controller-Sache ist letztendlich Geschmackssache. Ich persönlich finde den PS4-Controller schon ziemlich perfekt. Ja, der ist echt nice. Da ist ja auch schon der liebe... Fox. Hey. So, wir können die Folge fortsetzen oder neu anfangen. Nö, nö. Immer noch selber. War ja eben Items looten und so, wenn das denn du in die Hänge laufen bist. Oh, ich hab dir keinen Dings angemacht. Ich hab eine. Ah, gut, dann kann ich hier meine Fackel entzünden. Fackel entzünden? Ah, Mann! Ich krieg das nie rein, dass das X unten ist. Schweinerei. Oh, oh. Ach, die Dinger hier gibt. Wahrscheinlich was anderes als es gibt, weil sie rot sind. So. Ja, wahrscheinlich bist du das zerstörte... Nee, schlimmer. Noch schlimmer. Schlimmer. Was ist denn noch schlimmer? Die versteinern uns. Oh. Die versteinern uns. Oh mein Gott. Ich hab's gerade gesehen, dass das Zeichen... Wir müssen hier runter, wa? Okay. Und für alle Dungeons und Serienzliebhaber, passt auf, dass euer Versteinerungsbild das nicht kriegt. Ich darf werden gebraucht. Ich kann mich mal nicht selber beschützen. Ich soll nicht bei jemand anderen schützen. Ich muss gar nicht beschützt werden. Auf leidung. Aua. Ich schaue mal eben, ob ich was gegen den kleinen da unten mache. Ich mach mal kurz so ein bisschen bei diesen Säulen weg. Ja, das ist ja definitiv. So, jetzt haben wir noch so ein paar kleine Sportsfreunde. Na? Jetzt sind's noch der. Ah, da. Der ist auf jeden Fall weg. So. Ich hab schon mal zwei erwischt. Da ist auch noch einer. Feindigtum sollen stupen. Okay. Wurdest du dann zocken sitzen gelassen? Das ist aber gemein. Ah, Mann. Wie viele sind denn hier von diesen Dingern? Extrem viele. Die müssen alle zerstört werden. Bin dabei. ein Asketen-Leuchtfeuer. Genau, Sanja. Bleib aber bei uns. Hier bist du viel wichtiger. So. Oh Gott, ich muss mich mal ganz kurz in eine Ecke stellen. Ich muss ganz kurz auf die Karte gehen. Leuchtkäfer. Leuchtkäfer. Sackgasse. Jetzt aber auch nicht weiter. Okay. Wäre auch beim Zocken geblieben, nur nicht ganz so aktiv. Hm. Dann bleib aktiv bei uns. Bleib bei uns. Oh, Hanna. Hm. So. Jetzt wollen wir mal hier links gucken. Noch mehr von den Dingern. Ah, da oben ist die Truhe. Sehr gut. Bin ja auch schon kaputt. So. Was haben wir hier? Truhe auf. Und wir haben versteinertes Etwas. Oh Mann. Ist aber echt viel Loot, was wir schon kennen. Ich glaube, da hinten geht es weiter, oder? Ja, da habe ich schon eine Fackel einzündet. Sehr gut. Ich muss noch mal kurz hier links gucken. Nicht, dass ich noch irgendwo was vergesse. Ah, warte mal. Ich glaube, hier war ich schon. Das heißt, wir sind durch. Hier ist noch eine Fackel. Wir müssen noch einmal. Komm mal mit deiner Fackel, ja? Hier einmal anzünden, bitte. Dankeschön. Ah. Ja, ja. Genau, wir sind durch. Dann können wir hier weiter uns vor Fox verstecken. Demo, der nämlich immer an eine Ladybug-Folge. Ich weiß, was ein Ladybug ist, aber ich weiß nicht, was eine Ladybug-Folge ist. So. Drop. Arme Seele und dann gut darüber nachdenken. Ist das vielleicht kein Stein? Doch. Okay, man kann ihn nicht kaputt machen. Alter, wo bist denn du? Bin da runtergegangen. Ach, du bist schon da runter. Hm. Ah, okay. Versuch Trio. Fox, wir brauchen dich. Ah, der ist Nebelwand. Wir können doch schon mal bis zur Nebelwand alles clearn. Komm. So. Also mal abgesehen vom Schmelzer-Dämon, ist der Boss da jetzt gleich kommen wird meine Schwäche beziehungsweise das ist meine Schwäche in Souls-Spielen überhaupt. Die Art von Boss oder uns. Ja. Ich glaube, gegen diese gehe ich auch in Nahkampf. Oh, je, wenn man aber gut vergiftet von rechts und versteinert. So, oh. Oh. So, Würmchen. Es hat sich ausgewohmt. Oder Backstep. Sehr schön. Glitzerndes Titanite. Nehme ich gerne. Aua. Aua, 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 Oh. Uh. Das fing ja an, gefährlich zu werden. Ich mag diese Gegner nicht. Die sind unnütz und nur schwer zu töten. So, aber jetzt bis zur Aua, ist noch eine. So, da sind wir wieder. Ja, 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 geht zurück. Kann man den nicht kaputt haben? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich habe gemerkt. Ich schaue ob ich euch finde. Ja, genau, such mal. Es geht irgendwo runter und da sind wir dann direkt. Ah, okay. Mal ausschauen nach einer Fackel. Genau, immer dem Licht nach. Ich sehe eine Fackel. Immer dem Licht nach, okay. Immer ins Licht. Ja, ich sehe noch eine Fackel. Da ist er. Oh, hi. Hallo, hier sind wir. Wir haben den Raum schon mal gekleert. Alles safe. Das wäre nice. Wir waren ein bisschen vollgepackt mit Steinfiguren und Gegnern. Bei den Nebelwand. Hm, deswegen warten wir hier. Aber wir waren genau passend. Wir waren gerade fertig. Ah, super. Vorsicht. Stoß in den Rücken. Übrigens viel Erfolg. Aha. Wo wir wieder beim Thema wären, ne? Übrigens viel Erfolg. Drei. Oh, direkt Post. Okay. Da waren gerade drei Helfbars. Kurz zu sehen. Das war... Und... Bedrückte... Oh, wir können die Backstab'n. Ist geil. Schon mal aus, wenn I-Frams gehört. Sieht ja aus wie Havel. So, so ein bisschen. Oh, er hat fast gebackstellt, nachdem ich sie gestackert habe. Ah, fuck. Nice. Aua, 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 aua. Was war das denn? Wollen wir den Bogenschützen? Ja. Ja, da hinten. Schüttel. Oh, der hätte mich fast gekillt. Ich gehe auf den Bogenschützen. Alles gut. Sehr gut. Komm, Habe den Klein. Lass doch mal. Oh, oh. Ja. Backstab's ihn immer? Okay. Ging nicht, hat sie umgedreht. Jetzt musst du wieder... So, jetzt hat er einen ziemlich langen Degen am Start. Oh, Mann, ich bin so klinisch. Ich bin zu dumm zum Backstab'n, ja, dann so. So, also down. Aber komm, wir helfen dir mal. Aber erst noch ein Stückchen. Erst noch ein Stückchen? Erst los. Was hast du da für einen Cheater-Move gemacht? Hey, der kommt ja aus Möber. Oh, ja. Hau mal. Er hat nämlich ein Diebes-Oberteil an. Er hat die Jäger-Hose an. Aber mein Großschwirt ist in Gefahr. Shit, ich muss gleich mal eben reparieren. Und er hat einen Degen. Erinnert an den Möber. Auf jeden Fall. Nice, GG. Ja, das war gut. Was ist das schon? Glitzende, fossiler Drachenknochen und die Scholle. So, ich muss mal eben kurz reparieren. Reparaturpulver. Das trifft sich ganz gut. Wo ist es denn? Der Nuki macht schon mal Wartung kaputt. Zu lange ich noch da bin. Hm, da. Okay, da es hier auch direkt weitergeht, müssen wir das nochmal bei Nuki und mir auch hier machen. Ah, so, dann guck ich nochmal eben, ob ich dahinter irgendwas aktivieren kann. Ich muss in Richtung Bonfire oder so. Ich schau mir nochmal kurz hier in der Boss-Arena um. Die ist nämlich noch ein bisschen komplexer, so mit zweiter Ebene und so. Oh. Ja, man kann hier runter ins Wasser. Warum man das kann, weiß ich noch nicht. Ah, wieder so eine komische Schildkrötenkack. Hey, dass ich mich kaputt kriege, weil ich mich hier unter Wasser mit Pfeilen schießen kann? Ah, doch. Von welchem Spiel redest du her? Von diesem. So. Ich mag die nicht. So. Was haben wir dann hier? Nichts. Okay, wow. Also falls man hier runter fällt, ist man nur ein bisschen am Arsch, weil man dann gegen diese Dinger kämpfen muss. Hauptsicht nicht richtig bewegen kann. Ah, okay. So, aber so Nubi sind sie ja nicht. Okay, da ist nichts. Ich glaube, hier ist auch sonst nichts mehr in dieser Arena. Gibt es bei X2 nicht keinen so einen verrosteten Ring? Nein. Schade. Die Master spielen, dann müssen wir den Förder so schnelles Spiel holen. Wieso? ASAP. Ja, der ist ja, der ist ja recht schnell zu holen. Was macht es denn? Es gibt einen Ring in Dachshunds 1, der ist dir erlaubt, bei höheren Gewässern ganz normal zu laufen. Ah, jetzt habe ich das Item, was ich schon mal gesehen habe. Geil. Ja, den brauchen wir schon, der ist nützlich, oder? Oder sollte man dabei haben, falls man nochmal auf solches Gewässer stößt. Ja. Blumenrock. Das klingt ja interessant. Boah, wie geil wäre das bei Demon's Souls gewesen, in diesem Sumpfgebiet, wo wir gegen diese Riesen gekämpft haben. Erinnerst du dich da noch an diese eine Insel mit den drei Riesen? Naja. Langmasenviechern. Boah, das war richtig ätzend. Der Blumenrock. Rock eines unbekannten Troubadours. Seine Robustheit straft sein äußeres Lügen. Troubadoure wissen sich mit ihren Künsten größtenteils selbst zu helfen, benötigen aber dennoch manchmal einen Beschützer. Das atemberaubende Blumenarrangement des Rocks soll die Aufmerksamkeit eines Kandidaten für diese Stellung erwecken. Muss ich mal sofort anziehen. Ich glaube, ein Troubadour ist doch sowas wie ein Stadtmusikant, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall passt es nicht zu meiner Ausrüstung. Ich glaube schon, ne? Das sind zwar meine stattlichen Beine, aber... Ich glaube, wir sind wieder in Schulwa. Okay. Wo genau? Ah, hier oben. Okay. Das heißt, das ist einfach nur Ende Gelände. Komme ich denn jetzt irgendwie zeitnah zu einem Bonfire? Ah, hier sind wir. Ich höre doch schon irgendwo ein Bonfire. Hä, wie kam ich denn von hier weg? Ich könnte mich einfach zurückporten, das geht auch natürlich, klar. Ja. Eigentlich musst du hier vorne runterjumpen, ne? Genau, da musste ich hin. Ah, zu weit, tot. Tschüss. Da bin ich schon mal genau so runtergesprungen, weil ich mit der Höhe, die man anfällt, schätze ich das immer voll falsch ein, wie weit ich da muss. Hm. Du kriegst deine Menschlichkeit gleich wieder, sobald du den Boss bei Nuki oder mir legst. Weil? Achso, weil ich dann den Boss gekillt habe. Okay. Kann ich... Soll ich mir gucken, dass ich... Nee, oder legst du das? Ja, ich muss nur meine Seelen liegen mal da oben wieder wegholen. Alles klar, dann machen wir jetzt hier eine Pause, bis das bei den anderen... Nein, wir brauchen gar nicht mehr Pause lohnt sich fast gar nicht, weil die Folge fast zu Ende ist. Ich würde eigentlich sagen, vielleicht versuche ich noch mal kurz meine Seelen zu holen. Dann ist die Folge nämlich eben durch. Dann ist das noch dein letztes großes Geist für die Folge. Genau, genau, genau. Weil ich mir für vier Minuten oder so nochmal eine Folge von Dranz bringen bringt ja auch nichts. Ja, so schnell ich kann. Genau. Bevor wir dann uns... Bevor wir dann das große Finale einläuten. Was? Finale für den DLC? Äh, nee. Das Finale für dieses Let's Play. Oh. Du willst mich verarschen? Aber da kommt ja noch ein DLC. Ja, ja. Deswegen sage ich ja, wir läuten es ein. Aber bis wir durch die Zielgeraden kommen, dauert es noch ein Leiche. Ach, dann ist dieser DLC ja schon schneller vorbei als ich dachte. Kann man irgendwas gegen Versteinerung einnehmen? Ähm, was ich mal gucken, ob ich da was habe? Ja. Da gibt's doch auch was für ein Ratiofragen. Da gibt's aber auch von Ratiofragen. Du hast Triklops Schlangenpastillen, die deine Resistenz stärken. Ja. Aber ansonsten war es das, glaube ich. Ich hab die ja schon mal genommen. Oh, da hab ich mich da zu spüren. Resistenzboost reicht mir schon, damit ich hier eben durchrennen kann. so boss raum habe ich schon passiert und hier bin ich da oben und da sind meine sehe ich brauche auch noch zehn level dann habe ich dann habe ich genau den bild den ich haben will diese stelle springen darf ich nicht und rollen reicht auch nicht wie komme ich denn darüber nimm den nimmt doch einfach die feder hätte ja jetzt muss ich wieder zu meinen seelen laufen hat ein kacke also wenn da muss man ja früh genug abspringen um genau dort wie komme ich denn sonst noch da aus dem anderen weg da ich war doch schon mal ich komme dann noch mal da waren wir schon mal wie geht es dahin er muss dabei einfach nur hier drauf treten scheiße wie komme ich denn noch auch ein zweites aufgetaucht ist das okay nein ein muss hier rauschauen ja genau jetzt weiß es okay alles klar auf zu wiederholt oh 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 ich bin doch mein herr er bekommt ihn nicht hoch sagen wir ach geht es dann dahinter nicht mehr weiter oder wie verstehe ich das das ende ach dann habe ich alles schon mit dem seelen der war ihnen die ok sie haben sich jetzt schon bei her da sind wir fertig mit dem dlc genau wir haben das alles obwohl ich glaube hat er fehlt noch eine fehlt noch ein item ein wichtiges jahr ziemlich ja außer ich auch außer ich habe natürlich vorhin wieder gepennt und habe nicht mitbekommen dass er dann eine krone gelootet die habe ich gut und vorgelesen das ist einer haben wir den jetzt gepackt so haben auch die folge gepackt jetzt mit meiner seelen nicht wieder haben dann geht es ja nächste folge ganz frisch in einen neuen dlc schön dabei sein bis dahin nicht den kopf verlieren nicht den kopf verlieren